so das heißt die drei müssen darüber ihr drei sollte darüber und haar krims so die da du die da du das du das du das du das du das da leuchtet er schon lila und ich habe vergessen die kai auszustellen so bitte ausständiger ihr beide bleibt hier du hast du mal heilige macht zaubern aloft trägt so einen du trägst so ein du so ein so ein so linke füße trank und das war schon wieder der blöde odem neue idee ich laufe ich schleich mit aloft zu den sau rips übernehmen die medien dann kommt der drache tut sie weg odem misieren ich weiß nicht kann ich mich so leicht an dem drachen vorbeischleichen ja kann ich nächste frage wenn ich seine xo rips hier an pisse okay er rennt dahin und haut alle um okay aloft übernimmt die kompanie mal hier fündet euch mal gegenseitig okay vielleicht kann ich mich durch die xo rips kämpfen und ganz schnell weg rennen was habe ich nicht weiter verfolgt neue idee ich will erstmal versuchen irgendwie seine helferlein loszuwerden dann vielleicht weiß nicht weil die xo rips müsste ich schnell tot kriegen die adragans in eine andere baustelle und er sowieso wenn er keine helfer mehr hat ist er vielleicht ein bisschen leichter zu besiegen äh falsches essen richtiges essen richtiges essen richtiges essen richtiges essen genau bei bis zu den xo rips ist es ja einstück weit weg und er ist langsam Genau, ich renne hier rüber. Okay, soviel dazu, dass ich die Xauribs schnell totkriege. Und da ist er auch schon, ja. Äh, da lass ich nicht dauernd Angriffs binden. Okay, er, ja, da kommt er schon, oder? Okay, er hat die Hälfte seiner Adragans getötet. Ähm, du belebe mal Palegina wieder. Also, Palegina, du, äh, belebst du, wenn es wieder ist. Und jetzt ist Palegina wieder tot. Okay, die, das scheint zu funktionieren. Ich muss da durchrennen. Ähm, weil er ist langsam. Alles andere, was er mir entgegenwirft, ist schnell. Das heißt, bis er bei mir ankommt, kann ich das mal wegtöten. Da fallen schon mal seine Heiler weg und seine Nerveinheiten. So, wie immer das Zeug. Essen. Ich müsste mal versuchen, mit Alof und Fenris ihn umzuwerfen. Das würde mir dann auch Zeit bringen. Auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich meine Leute besser verteile. Aua, umgeworfen werden, das ist schon schön. Steh wieder auf, hake, rennen los. Halle, Gina, du auch. Hinter in die Höhle, in die Höhle. So. Da ist eine Schatzkammer, die interessiert mich aber nicht. Mich interessiert, wie die sauret, die im Weg sind. So, Alof, äh, Durens, mach mal Macht. Oh, und jetzt tötet schnell die Saureps. Und da ist er auch schon. Okay, umschmeißen ist nicht so toll. Ähm, Alof, übernehme ihn. Bitte, bitte, bitte. Ich habe es ganz ehrlich geschafft, ihn zu übernehmen. Gut, Palegina, heil dich. Edda, heil dich. Ah, du rennst. Äh, du rennst. Steck du rennst da. Okay, Alof. Kannst du mal versuchen, ihn umzuschmeißen, während Durens versucht, Palegina zu beleben. So, Palegina, du versuchst, Alof zu beleben. Palegina heilt sich selbst. Kann er, kann er, kann... Schadensmacher beschwören. So. Wer sieht gerade schlecht aus? Durens. So, Alof. Bombardier den mal, bitte. Okay, du bist immun gegen sowas. Was, das ist nicht gut. Yes. I'm missing. das hat auch nicht ganz so geklappt es hat zwar etwas besser geklappt als sonst aber das war auch nicht so wirklich das wahre das problem ist auch immer ich weiß nicht auf wen er sich konzentriert würde er sich nämlich nur auf meine nahkämpfer konzentrieren könnte ich die irgendwie verteilen also ich weiß schon mal drachen machen ihm keinen schaden k.i. ausschalten das war durchbrechen so durch gebrochen sind wir schon mal lorenz kommen warum ist einhof tot das ist nicht gut wisst ihr was jetzt kriegt ihr selber mal so einen heiligen stein an dem kopf da kommen die adragame das war nichts ich krieg den kerl einfach nicht tot es ist schade dass ich nicht wüsste dass er mir danach um folgen würde nächste idee wäre einfach ich vergesse den typen du da hallo ok kann da nicht mehr hochklettern ich werde jetzt gerade tot mit einem angriff gut ich lade jetzt 35 ich habe keinen pack mehr der ist irgendwie wirklich nicht zu besiegen ich gebe jetzt das amulett sie soll sich umhängen zum hängen auf k.i. Vielen Dank.